ARBEIT, ARBEIT Also ohne laufen Genau Wahrscheinlich könnte man dann alles irgendwie in ... in Sturm mit unterbringen Ja, mit Sicherheit Oh, interessant, sie bauen die Speerkuppe endlich mal auf Warst du noch nie oder wat? Ja nicht seit dem ... Nein, Kataklysm nicht. Ich habe Kataklysm nicht von Anfang an gespielt. Also das ist jetzt auch mein erster Try. War schon interessant, wie viel Mühe sich Blizzard mal wieder gegeben hat. Ich glaube, dass das auch die größte Einnahmequelle ist von Blizzard. Sollten sie sich auch ein bisschen mitveranstrengen. Ja, höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich wird das dazu beitragen. Upsa. So, was soll ich sagen? Meine Freunde und Zu-Viewer. An dieser Stelle muss ich leider eine Unterbrüchung machen und erstmal konvertieren. Ich habe keinen Speicherplatz mehr. Äh, ja. Dann bis nachher. Ui. Ja, ich weiß. Hammeröde. So, und da bin ich noch mit meinem Gnom online gekommen. Aber eigentlich auch nur, um euch zu sagen, dass mir der Hexmeister bis jetzt nicht so zugesagt hat. Ähm, es ist tatsächlich passiert. Mein Charakter wurde endlich auf den Solo-Head getranst. Und da ich jetzt endlich Klassengegenstände habe, kam ich auf die glorreiche Idee, jetzt doch einen Plattencharakter zu spielen. Ja, aber das soll uns ja nicht daran hindern, dass wir hier jetzt weiter Let's Plays machen. Das heißt nur, dass ich den Hexmeister an dieser Stelle pausieren werde und halt dann doch nochmal einen anderen Charakter anfangen werde. So, tut mir furchtbar leid für alle, die sich jetzt auf den Hexmeister gefreut haben. Aber so generell habe ich da jetzt nicht so unheimlich viel Lust drauf. Äh, ich bin direkt auf den Server geloggt. Ja, da habe ich die bis jetzt noch nicht online erwischt. Könnte es vielleicht außerhalb der Aufnahme online kommen, sodass ich das Let's Plays stellen kann. Ich freue mich auf eine Antwort. Äh, Antwort. Ja, bin on. Senden. Was haben wir denn hier? Ja, gibt's mir, gibt's mir... Peace mit Fazerin. Du bist cool. Dankeschön. Danke, danke. Oh, viel Gold. Kupferwagen. Und dir auch. Alles gleich. Ja, und dann sage ich bis im gleichen Video, was natürlich jetzt auch gleich online geht, mit meinem neuen Charakter. BG!